Jaho, meine Freunde aus Deutschland und USA. Herzlich Willkommen zurück, nochmal hier, Episode, was man so tut, am Samstag in Florida. Ohne Werk, mein Grill brennt, ja, der brennt. Also ich sage es mal, wenn der Steg ist schon drin, das muss jetzt noch ein bisschen auf Raumtemperatur ist auch gewürzt und so, mit Lemon Pepper. So, jetzt guckt ihr mal das Ding, ja, ist das Klasse? Und da kommt das jetzt gleich drauf. Siehst du, da geht der Steg noch durch die Flamme durch und Lodern, Lodern, Lodern und, hey, das wird Klasse. Das wird Klasse, ich sage es ich. Also, und übrigens, guckt, da ist mein Christbaum, mein Christbaum, geschmückt mit Müller Highlife Bierdosen. Sehen wir es, oben ist ein Kurs Light als Stern, was kann ich Schöneres geben, ja. So. Ja, also, ich zeige euch, wie das Steg geworden ist. Ich denke mal bis in 5 oder 10 Minuten, hole es raus und schmeiße es drauf. Der Rost muss noch ein wenig einbrennen. Ja, und dann zeige ich, wie es aussieht. Okay, bis dann. 666, lasst es euch nicht gräben. Tschau.